Hi Freunde und Willkommen zu einem neuen Star Wars Video hier auf meinem Plan, unser Star Wars Wettbewerb 2 und wir haben das Heldenwochenende, das heißt die Kampfpunkte sind gestiegen und die Preise von den Helden gesunken. Man kann nicht mehr Helden zocken. Was ganz nice ist. Das letzte hat sich ja versäumt, deswegen kann ich euch das jetzt zeigen. Boah, ist der schon fast zu Ende. Keine Chance. Ich muss auch sagen, brauchen wir mal wieder Zeit, dass das Video rauskommt von Star Wars. Ich hab zwar lange nicht mehr gespielt, dafür kamen auch häufiger Black Ops 4 Videos. Das war toll. Ich küsse, ich küsse. Boah, hoffentlich läuft die nächste Runde besser. Auch wieder Camino, das ist nice, diesmal von Anfang an. Und geil, vielleicht haben wir Glück und wir können Grievous spielen. Sondern nochmal Rinder. Damit ist das für eine Ladezeit, meine Güte? Aber das ist eine Ladezeit, das ist eine Ladezeit, meine Güte. fahrerinvorsionseinheiten eure mission ist die zerstörung der Klonanlage so, erstmal finden meine boys komm alter, das rockt immer hier jetzt das ist mir sicher verdammt da habe ich ordentlich aufs Dress nicht bekommen ja gut, den haben wir getroffen ah verdammt alter, wir können schon Helden zocken richtig nice, den nehmen wir denn mal den nehmen wir da mal den nehmen wir da mal den nehmen wir da mal das ist ein Ja, sauber, Held geplättet, very nice. Ja, nice, weg damit. Verdammt, fast zweit Held noch geplättet. Aber geil, weil sie eine nice action mit dem guten Dark Maul. Dafür, dass sie länger nicht mehr gespürt hat. So, muss man schon sagen. Hunde, Alter. Ja, gut, war ich selber voll dran. Ja, lass mich zum Bilden. Nice. Bisschen Pinten hier, ne? Verdammt. Theoretisch könnten wir schon wieder fast einen Helden zocken. Die Attacke ist so geil. Clown-Attacke. Die Attacke ist so geil. Die Attacke ist so geil. Oh, Puffie, das ist voll im Schuh. Hands up! Die Attacke ist so geil. 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 Nö, ein Pferde rein. Ey, Mann. Ich fährst da im Solo. Komm, Gribles. Jetzt fährst du zum Paddy. Ich höre das, was sie noch finden. Wir nehmen die Hilfe an. Das sind Schimpf. Ach, verflucht. Verdammt, wieso ist er kein Hild frei? Dann nehmen wir jetzt noch mal das Moll. Nicht nachfrieden. Hä? Hä? Ey, was soll der verfluchte Mist machen? Nee, ich will nicht, Boss. Die Irre mal glüten. Ich will mit glüten, dass meine geiles Glück reißen. Ey, kann ich echt nur Standard spawnen? Ey, wir haben einen neuen Verbündeten. Hey, wir haben einen neuen Verbündeten. Ja, Ray hat dich gekillt. Whatever. Ah, komm. Ja, hallo, ich will impfen. So, nice. Verflucht. Ich hab heute Pech, kann das sein? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Werden hier noch die Helden hier weggepickt? Ach, komm, noch soll's. Oh, komm, noch mal. Ich hab heute noch ein paar Tage. Wir werden abgeschaltet. Oh, oh. Ein neuer Feind ist eingefaschen. Granate in Schaf. Was ist schade? Komm schon, hier nix ein, hält noch zum Abschluss. Ist mir auch egal welcher jetzt. Komm! Nimm doch keinen, oh! Neue Apple-Lofts kommt dann ausgewählt. Kaserne und Hangar. Das ist die vorletzte Phase. Wir sehen uns in Reichweite. Schnell hier die Abkürzungen nutzen. Ach, ihr Pissköpfe! Die Hemden des Pasten, Alter, ehrlich. Jawohl, nice, clever. Schnellen. 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 Jawoll, wir haben ihn noch getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich sehr über euren Support-Freund kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und kein Content-Netz zu verpassen. Daumen nach oben, dann lass, wenn es euch gefallen hat. An der Stelle bin ich draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.